Was geht ab Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stalkhaft und wir sind auf dem Weg. Wir sind nicht alleine. Wie wir sind nicht? Achso. Ja, Rattis oder was? Ne, ne, ein Spieler. Ja, die Ratten, ne. Hat irgendwas markiert? Meinst du der Stalker wartet? Ne, das ist der Stalker. Gehen wir links lang? Ja. Soll ich vorlaufen? Ja. Wir sind auf dem Weg zu Delivery Man. Also wirklich. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, muss nicht sein. Zwei runtergegangen auf drei. Ja. Das ist immer alles triggert, weißt du. Was ist denn dieses Scheißding hier oben? Rechts! Nice. Eigentlich was? Nein. Promka oder irgendwie was? Wir haben jetzt ein Loot hier. Hm? Genau, wir waren Delivery Man. Genau. Eigentlich. Komplett aus dem Kop-Tab gebracht, dieser eine Typ. Weißt du noch, woher man die Quest hat? Ach, ein Arterfakt. Guck mal. Äh, vom Barman. Ja, nimm. Äh, von... Ach, Barman. Nee. Stimmt nicht. Von dem, äh... Von dem, äh... Hier. Weapon-Trader oder Weapon... Ja, da wo man die Waffen halt eintauschen kann. Also... Upgraden kann. Und wie auch immer. Kaufen kann. Generell. Ähm. Genau. Tatsächlich daher. Bitte nicht hin, okay. Und ja. Oh, da ist nen, äh... Fünf Gegner. Ja. Einer dead. Noch einer dead. Oh, da hinten ist ein... Ach, den müssen wir, glaub ich, beschreiben, ja? Okay. Zurück. Ist hier wieder die Legenden? Aus dem Busch. Ja. Mach da hinten. Er hat Armer. Ja. Wenn man halt auch mal was sehen würde. Gut. Er sitzt hier ganz entspannt. Jo. Huthy send me to pick up a package from private. So, what happened? I mean, you shouldn't know what will happen to you if someone finds out you lose the package. To thee won't be happy about this news. Ether, fuck it. Send me the coordinates and I see if I can find this package. Okay. Gedeutet also, wir sollen dieses scheiß Package finden. Okay. Und zurück. Ja, das ist auf dem Weg zur Basis. Richtung Westen. Genau. Gut. Dann laufe ich dir mal hinterher. Mhm. Mhm. Wir müssen die Boss töten. Schön. Links. Großer Boss. Ghm. Dieser Mann. Sieht aus wie ne Pisoni, er, die seine Quest remont die verteidigen muss. Was hätten wir als Eingang nicht? Ist dead. Sehr gut. Aufpassen hier, ne? Mh, hier ist alles von deinem Marie. Richtig. Ob Kerfeld eingeht. Okay. Ja, ne, die durchsuche ich jetzt hier nicht. Dafür bin ich ja nicht hier. Äh, genau. Oh, genau, das ist der Bunker, da musst du aufpassen. Stimmt ja, okay, jetzt weiß ich, worüber wir sind. Das ist der Bunker, da wo ich drin war. Okay. Der geht auch ein bisschen tiefer. Auch ganz coole Side-Dinger irgendwie, find ich. Mh, meinst du ja der Bunker? Ja, ja. Mhm. Also es ist alles nicht so langweilig gehalten, weißt du. Ja, irgendwie versucht, äh, ein bisschen abwechselnd reinzubringen. Da kann uns das wieder ein Stalker-Camp. Mhm. I notice them jerks. Ne, lass es doch andersrum, oder? Rechts oder links? Rechts lang hier. Okay. Jetzt hast du drauf geschossen, oder? Nein, die haben nicht drauf geschossen. Die haben auf mich geschossen wahrscheinlich. Aufpassen. Sooo. Oh, vorne ist es. Komm, Glitter hoch. Genau. Da laufen welche? Können wir vorbeilaufen lassen? Ja. Sind hier scheinbar nicht unser Problem. Hier sind das drei? Nee, das sind zwei nur. Oder? Das müsste auch noch ein PC sein. Ja. Kommen wir zurück? Ja, natürlich. Die Schweine möchte nicht sein. Alter. Kommt es weiter? Da kommt es weiter. Aha. Looking for the Goods. Looking for the Goods. Da kommen die Schweinchen an. Was? The Crate isn't in the Field. I need to go back to the Liver Mountain. Meine Ansicht eben so komisch gewesen. Ja, ja, so grauerlich, ne? Junge, Junge, Junge. Wo müssen wir denn talk to fly? Denk mal, der ist in der Base, oder? Nee, zu. Och Gott, ey. Der hat richtig Bock, Junge. Mann. Der mag Meter machen. Der kriegt nichts hin, weißt du? Der muss nach Irland, sage ich dir. Der Junge mag fliegen. Guck mal, ohne Schaden runtergekommen. I'm impressed. Uiuiuiui. Okay. Die hasse ich mit am meisten, Alter. Würde ich sogar kurz vom Trampolin mehr Damage nehmen. Die Rateln. Digga. Hier hatte ich... Aufpassen. Wir hatten geschossen. Hä? Ah, du hast geschossen, alles gut. Nee, da ist irgendwie ein Schuss da vorbeigeflogen, das heißt so. Irgendwie hoch. Irgendwie hoch. Unsere Maze-Banne. Da ist eine Ratte. Hm. Äh, gehen wir wieder rechts, oder links? Aus dem links. Okay, oder? Ja. Ja. Ich glaube, du bist sogar minimal schneller. Glaubst du? Ja. Auch sehr interessant aus hier. Hast du einen D-Buff von Movement Speed vielleicht? Also von Rüstung? Nee. Nee, nee. Äh, vielleicht gleich... Nee, ich bin mir noch nicht 100% sicher mit der Armor. Weil... Ich spring weiter runter. Ich will einen Meter machen. Ah, da ist noch ein Artefakt. Siehst du es? Äh... Ja. Gravity, glaube ich, ne? Von hier könntest du rankommen, kriegst du. Also ich mitnehme. Nimm du. Hm, Stoneblood. Ja. Ich glaube 1 zu 9, oder so. Hm, habe ich für 4 zu 2 verkauft. Oder so. Ist ja scheißegal. Ruhel brauche ich hier nicht. Jetzt sind wir im Ernst. Sagt der jetzt noch. Ja. Moin. Ja. Aber es gibt nicht viel Raum, um es zu schützen. Es scheint, dass jemand es vor mir gefunden hat. Was zur Hölle bist du? Ich bin auf die... ... ... ... ... Okay. Geht er schon wieder dahin? Oh, wieder zu den Schweinis. Oh, also der will wirklich, dass wir Meter machen, ey. Was ein Typ, ey. Oh, ist auf die 3 hoch gegangen. 2. 2. 3. Auf 4. Ja. Wunde. Links, 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 links. Auf 200. Ja. Wunde. 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 Schaue drauf, up. Wunderschön. Trauerst du noch 3? Links, 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 links. Geht in Deckoff. Ich bin hinterm Baum und ich machです. Aber Niagara, ich werde von den Hunden gejagt. Ja. So, gut. ist auch da? ist dead. das ist schön. ich weiß nicht warum ich so pech habe. versucht auch deinen loot mitzunehmen. und das von dem spieler probiere ich auch noch. da ist es. soo gut dann gehe ich von der seite halt eben zu den locals. weil die meter müssen ja gemacht werden. was wiegt hier so viel drop. danke. ich habe 59 normale medkits. eindeutig zu viele. vor allem ich nehme halt auch immer zwei mit. aus dem anfang gründen damit ich loswerden kann. ich glaube die kann man auch deleten. aber ja. weißt du wie ich meine? für kleinigkeiten kann ich die dann wenigstens einsetzen und dann. so damit du falls zu deiner leiche hinlaufen musst also. ja. da sind ein paar dingster stalkers dran. interessantesten stalker cam und da steht stock wird der lokale zimmer. mhm. wärst du mir böse wenn ich einen abstecher zurück mache. im sinne von? der base kurz. weil ich dann. wird es hier echt blöd. ich kann auch noch hier bleiben kurz. ich bin ja gleich da. ja. hä ist das base oben auf dem berg? ne 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 ne. das ist da wo wir waren. mhm. soo. ich bin hier. moin. 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 na cool ich muss nachladen. einer ist es noch. ja. 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 gemeck der dich. ich sehe aus. ist dead. ärğäh% ist es. moin digger. spiik ? so long ah okay cool. Meeting mit jähk ! jähk!? hey. Hey, have you seen any crates in the clearing where the roars are grazing? Toothy sent me to get the crate. It's a package from a private at a military guardhouse. Amo mag. Und forge. And what's stopping me from just telling Toothy that it was you who pocketed his package? Will I ever get a break from guys like you? Well, I wouldn't be talking to you if we didn't write. What do you want? Okay, I bring you some food. Where will I found your compatriess? Okay. Alright, thanks for that. Digger, give the quest close. Let's see, he has a lot of trouble. Ah, with him can we also talk about it? Hey, Jig. You said you found some loot recently. That crate belonged to Tooth. He sent me to get it for him. Son of... What do you want in exchange for that crate of grenades? Let me guess, you need a volunteer who dived into a gas from your miracle pistol. Should I buy you a new pistol? Ehm... Ja, mach ich. Heut's hier ne neue Pistol? Oh, jo. Okay, I bring it. Where can I find you, Paul? Nose. Die geben ja auch Quests, du nicht, ey. So. Bedeutet... Bring some food. Und... Bring Spike the TT Pistol. Okay, ist ja okay. Und... Techniken hat die neue Pistol. Ansonsten... Ist die Quest, glaube ich, vorbei, wa? Könnte sein. Ja. Aber nee, ich glaube, wir müssen ja noch trotzdem hier... Also es geht noch immer weiter ein bisschen, aber... Wir haben ja noch immer nicht das Package, oder? Wir haben das scheiß Package. Na, die wollen ja hier gefühlt alle was von ein. Also schauen wir auf jeden Fall. Wenn nicht, dann... Ja. Hey, ich mein... Achso, du sollst wahrscheinlich... Erstmal die Dinger hier... Äh... Den... Die Scheiße kaufen. Bring. Was will der eine? New Pistol. Eine wird nicht TT. Und das andere, Alter? Some food, ja, aber hat viel food, Junge. Piece of Rye Bread. Und Candid Beans. Ja, gut. Digga, den Wodka-Ding kann ich Ihnen sogar jetzt geben. Beans kann man im Base kaufen, also... Ich geh mal zur Base. Gehen wir mal zur Base zurück. Ich mein, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ein bisschen Time haben wir. Ach, gehst du direkt so rüber? Hm, weiß ich gar nicht. Kann man hier Dings da? Weiß ich eben nicht. Nee, ich glaub nicht. Hm. Da wegen dem scheiß Berg. Hm, für uns wurde ein Hideout gemacht, damit du's weißt. Hm. Jetzt wieder Tags, Nachts, ich kann man ausmachen. Irgendwie ist man auch schneller, wenn man gerade stecken läuft. Vier? Zwei Mann. Oh, links. Ich hab ein Mega-Stand-Pit. Boah. Und ich war mitten in der Pain-Zone, junger. Stell dir vor, der wär länger gewesen. Erstmal ein Schlückchen Kaffee. Ach so, ganz vergessen. Ich dachte, Daniel, wo kommst du nur hier? Du warst schon in der Base kurz teleportiert. Ja, 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 deswegen. So, TT. TT ist, glaub ich, ne Anfangswaffe. Glaubst du? Ja. Mal schauen, aber vielleicht müssen wir dann zum Boatshaus. Ja, das kann ja sein. Dann schnippe ich das zusammen. Oder so. Hinterher. Was mit ihm? Kleiner Buschmensch hier. Okay. Ich hab deinen Rucksack, also Seeds und Stinky Roots. Ja, ganz bald. Die Scherben oder so, keine Ahnung. Ja, im Black Market kriegt man die auch nicht gut weg. Also es kommt auch komplett aufs Alte, Mann. Also, Pistol. TT. Ja. Boatshaus. Bastet? Kann man einfach so kaufen, oder? Ja, die kann man, glaub ich, einfach so kaufen. Ja. Okay, das ist gut. Was soll ich wissen? Der braucht... Der endet bla bla bla, zweimal, ne? Hm, Beans und... Diese Rosinen, Alter. Ja, äh, ein Wodka. Und canned beans zweimal. Das ist scheiß Brot, Alter. Was ich... Ich mach dir 15 Stück mit, Junge. So. Hm. Ich muss kurz mein Inventar noch sortieren, ey. Stimmt. Das, 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 das. Das ist Köst und das, das. Gut. TT. Äh, Freunde. Dann würde ich nämlich sagen, sehen wir uns, äh, gleich vor den beiden Banditen wieder. Und, ja. Bis gleich. Bis gleich. Freunde, ich glaube, wir müssen gar nicht zum Bootshaus, sondern einfach zu dem hier. Hab ich gerade gesehen. Und dann hier steht, Hello, Spike, send me. He asked me to collect the pistol you made for him. I bought the ma... Äh, I brought the money for the pistol. Pay 500 Rubel. Hier, komm. New quest. It's probably to make sure I don't shoot anyone with it on the way back. I'm off so long. Kein Ding. So. Stell dir mal vor, ich hab ein ganz normaler Dings gekauft jetzt. Mhm. Aber ist ja nicht schlimm. Äh. 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 Da, 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 da. Ah, das und das. Und dann geht's jetzt wieder zurück. Freunde. Zu dem Guten. Man musste Dings dann, ne? Was musste man irgendwas Bestimmtes mitnehmen? Äh. Man musste nur Wodka, dieses Rye Bread, Brett vor allen Dingen, und Kenned Beans. Zwei. Also. Äh, Rye Bread, ne? Okay. Piece of Rye Bread, zwei, Kenned Beans, zwei und Wodka ein. Okay. Genau. So, noch ein Wodka. Und dann muss man irgendwie noch Granaten Cases oder so mitbringen. Hast du das gelesen bei dem anderen Ding? Nö. Pack of Medicine, Crate of Grenades und Ammo Crate. Achso. Müssten wir noch mitbringen. Wollen wir die gleich mitnehmen dann? Äh. Warte. Weil ich glaub, die kann man dann gar nicht droppen. Ja. Okay, jetzt kann man die einfach bei der Bar kaufen. Safe. Obwohl. Weißt du, weil ich nur das andere... Mhmmm. Ne, bei mir steht nur Case with Pistol. Crate of Grenades Barter. Case with Pistol. Steht da. Ja, und darunter gibt's bei mir die Geek. Piece of Dingster. Das steht bei mir nicht. Okay. Piece of... Piece by piece, Steht da. Veggiequist? Äh, The Geek. Piece of... Piece by piece. Das ist, äh, mit Betrayed Affaires aufgemacht. Ah so, da. Mit der Ammo Crate, Grenades, Crate of Grenades. Chicken has boys found the missing Crate and managed to tear it apart. I need to resample all the pieces. Crate of Grenades, Pack of Medicine, Meinst du, man kriegt das von dem hier irgendwie? Hm. Das sind halt alles Pouches, ne? Weiß nicht. I want to ask you? Nö. Äh. Hm. Vielleicht gibt's da in der Nähe irgendwie so eine Möglichkeit, damit man die sammeln muss. Irgendwie kaufen. Ich hab ja selbst nicht mal ne Ammo Crate. Hm. Da ist vielleicht Find Nose in the Tunnel of Madness. Warum kann ich das nicht kaufen? Okay. Äh, Wo? Äh, auf der Karte da bei dem Tunnel, unten. Ja, Madison Nose. Ja, steht da drauf. Ja, genau. Ja, ja. Hm. Müssen wir also auch noch hin. Ay, ay, ay. Wollen wir erstmal die einen Sachen abgeben? Ja, wir geben erstmal ab. Ja. Weißt du noch, wo du das PDA reingepackt hast? Das PDA? Ja, im Business-Sash. Okay. Ich rennt er davon. Ich wollte erstmal ein Schlückchen Kaffee noch trinken. Achso, klar. Man kann es ja auch erwähnen, äh, also, falls ihr irgendwie Fragen habt oder so, wir behaupten, wir beantworten euch die Fragen gerne, äh, in den Kommentaren. Oder, falls wir mal zusammen daddeln wollen, oder ihr, mit uns, äh, und wir Zeit finden, kommt einfach gerne in Discord. Schreibt vorher bitte, äh, in die Kommentare rein, wer ihr seid. Ähm, dann machen wir mal einen Termin aus, und, äh, ja, dann können wir auch zusammen daddeln, oder? Mhm. Spricht ja nichts ergeben. Solange ihr natürlich Bandits seid. Vorausgesetzt. Mhm. Die Bandits sind die coolen. Mhm. Finde ich schon. Also, die Bandits, also cooler sind sie, ja? Ich, ich finde Luna richtig langweilig. Ja, die gefallen halt nur die Bandits wegen Mercenaries. Ja, ja, ja. Weil die Mercenaries richtig Badass sind. Es hat sich richtig gelohnt, äh, Dings da, Brot, die keine Ahnung, 100 Stück sich zu speichern, ne? Ja, oder? Für zwei. Ich glaube, die wollen dann irgendwann Klopapier haben, oder sowas. Uiuiui. Habe ich nicht mehr. Ich schon, glaube ich, wenn ich irgendwo in meiner tiefen Stash gucke. Aber das kann man ja droppen. Ja, ja. Das ist das Gute. Oh, so weit ist es gar nicht entfernt. Nein, nein. Ich habe eine Mosin. Ja. ein Spieler von uns. Hier ist die höhere Seite. Das habe ich gewisse. Was für? Das war die höhere Seite. Was läuft da, war es? An der Lampe. Ah, könnte man sich heruntergehen und zum Saver. Mhm. Den markiere ich mal kurz. So, Jake. Äh, what about the crate? Ja, blablabla. Mhm. Back for the magazine later. Hier, komm mal. Yeah, take it. Zack, thanks. Jetzt haben wir eine Kiste, crate of grenades bekommen. Mhm. Und die ammo crate. Und ich denke mal, jetzt müssten wir zum Tunnel. Ja, die ammo crate hast du auch? Ja. Von? Mh, müsste ihm sein. Achso. Ja, ja. Jetzt noch. Und ich denke mal, warte, was brauchten wir dann noch insgesamt? Ähm, Nose? Find Nose. Ne. Äh. Da, äh, Pack of medicine. Ja, dann wird es wahrscheinlich mit ihm zu tun haben. Ja. Ich mag die Gegend sehr doll dahin. Ah, es wird schön. Uiuiui, auf mich wird geschossen. Auf mich wird geschossen. Linke Seite. Ich habe ihn markiert, glaube ich. Ja. Ja. Ah, das ist ein Spieler. Ich mache Meter. Ja. Er hat aber auf, äh, statt der Closer kommt. Weiß er nicht. Er hat mal einen Kopf vorbei. Ah, Matchspieler. Ne, ich wollte schon sagen, das One-Tapen ist eigentlich ein Spieler so. Ich bin mir gar nicht hier. Hm. Wir müssten weiter in die Richtung, wo die Toten sind. Ja, das Ding. Auf drei hoch? Zwei runter, drei hoch. Zwei. Zwei. Drei. Vielleicht hier drinnen. Komm, lass weiter. Hm. Meter machen. Schau zu. Ah, da ist jemand im Tonadus. Hörst du den mal? Er ist weg. Pass auf, wegen der ganzen. Er ist weg. Ja. Wir müssen die runter, ne? Äh, Aber hier sind, aufpassen. Und dann, beiß. Äh, Feind Nuss, also wir müssen den Typen nicht finden. Ist das Nuss? Ne, ist mir war. Fing dann zu fatschen, also. Oh, ich hab ihn. Andere Seite hier. Ah, moin. Na gut. Fick the medicine. Oh, weg ist er. Ein Team mit Tränen ist nicht. Gut, und jetzt, äh, zurück zu den Jungs. Ah, return to Tufi. Ne. Ne. Zurück in die Base. Zurück in die Base. Let's go. Let's go. Let's go. Sag ich mir nicht zweimal, sag ich die wie das. Wieso wird's denn hier, okay doch, wir können hier noch. ja, ja. Hm. Hm. Hm, Links. Oh. Oh. Fuck. Oh. Shit. Nice. immer so hin und her weißt du links rechts links rechts ich hasse das so mit der mit v ich drück ihn scheinbar irgendwie aus der seh und deswegen mache ich bürst dran 3 2 ja wollte halt das lager machen ja wenn der stalker das sind unsere boys die soll immer schön am leben lassen was springt er denn so keine ahnung dachte zuerst das wenn es wieder so geht es springt ich glaube das war wegen der brücke könnte sein because of the bridge let's go alles nur weil der dahinten oder dafür müsste ich 30 aluminium kriegen private people lost the package and didn't want to look for because they were afraid to take care of it deliver private goods ne digger 8000 tecnic es ist acht und heiliger Aha. Aha. I beat it in my mind, thanks. Wow, SKS Group. Judy! Oh, clever up. Ich nicht, aber egal. Judy Freunde, das soll's gewesen sein, wirklich gewesen sein von der Questreihe. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Quest. Bis dahin. Peace.